Hallo, mein Name ist Rasmus Andresen, ich bin Landtagsabgeordneter für die Grünen hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag und ich mache vor allem Haushaltspolitik. Als Haushaltspolitiker beschäftigen wir uns damit, wofür wir im Land Geld ausgeben. Mir war in den letzten Jahren besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass Antidiskriminierungsprojekte gefördert werden. Das heißt, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität oder auch ihrer Herkunft selbstbestimmt und ohne Diskriminierung bei uns leben können. In der Zukunft ist für mich das wichtigste Thema, unser Land fit für die Digitalisierung zu machen. Dazu gehört auf der einen Seite Infrastruktur, Breitbandausbau, WLAN in den Städten oder auch an den Schulen, aber es geht natürlich auch darum, sich inhaltlich zu überlegen, wofür wir die Digitalisierung eigentlich verwenden wollen, was wir als Staat zulassen wollen und wo man vielleicht auch Grenzen gegenüber Konzernen setzen muss. Ich freue mich auf diese Aufgabe in der nächsten Zeit und hoffe, dass wir dort zu guten Lösungen gemeinsam kommen werden.